Tja, grüße euch zur nächsten Programmvorschau 4.5.2024. Ja, Gott sei Dank passiert sowas höchst seltenst bei uns. Ist natürlich wieder ein höchst bedauerlicher Einzelfall. Und eben diese Menschen brauchen einfach Hilfe. Sie sind psychisch krank, sie sind traumatisiert, sie haben vielleicht auch schon so eine Art Zomboidenzustand eingenommen, man weiß es nicht, aber den kannst du ja aufgrund eben ihrer Erkrankung, und das wird ja nicht nur eines sein, oder aufgrund eines Traumas, sondern die besseren Traumata, denen darfst du und kannst da eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Die wollen das nicht, ja, aber die sind halt, ihr wisst, worauf ich raus möchte. Gut, wieder anzuschauen, anzusehen, anzuhören bei VK. Bitshoot Odyssey getrailert bei Rumble, dreimal bei YouTube, und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut, tschüss.